Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Wir sind jetzt noch mal in Amerika. Cloud Ford kennt ihr alle, das ist wirklich ein ganz, ganz bekannter Sänger in den USA, hat bei einem Auftritt eine Herzattacke bekommen. Wir haben jetzt noch mal ein paar Aufnahmen davon, muss man dazu sagen. Wir wünschen ihr natürlich an dieser Stelle erstmal alles Gute. Guckt mal rein und sehen wir uns gleich wieder. Also wie ihr gesehen habt, er stand halt auf der Bühne, dann hat er es halt bekommen, dann war halt gleich der Notarzt etc. da. Er ist auch im Krankenhaus, aber kritisch muss man dazu sagen, ist der Zustand. Wir können natürlich nur noch mal alle Liebenden, alle Fans und natürlich auch den Familien und Freunden sagen, wir drücken ganz fest, heftig die Daumen, dass das alles gut geht und dass er ganz schnell dann fit wird. Also das waren die News dazu, euch noch einen schönen Abend und diesen Kanal natürlich abonnieren.